Als der Ork-Hexenmeister Gul'dan ein Portal von Draenor nach Azeroth öffnet, entbrennt ein Krieg zwischen den Orks und den Menschen. Doch während die Menschen, angeführt von Anduin Lothar, ihre Welt verteidigen, fängt Durutan, der Häuptlings-Frostwolf-Clans an, die Taten Gul'dans zu unterfragen. Als Blizzard in den 90ern mit ihrem Titel Warcraft den Grundstein für eine der erfolgreichsten Videospielenreihen überhaupt gelegt haben, hätte wohl niemand gedacht, dass man den ewigen Konflikt zwischen Horde und Allianz irgendwann auch auf der großen Leinwand erleben würde. Mit den technischen Möglichkeiten und dem Anspruch von Blizzard entwickelten sich neben den Spielen selbst auch stets die animierten Intros und Zwischensequenzen weiter. Dadurch wurden auch die Rufen nach einer Verfilmung der ewigen Geschichte immer lauter. Durch den finanziellen Erfolg des Online-Spiels World of Warcraft beschwingt, wurden erste Planungen bei Legendary Pictures angestrebt, die sich zuvor bereits die Filmrechte sicherten. Dennoch dauerte es noch viele Jahre, bis das Projekt erste Formen annahm und man mit Duncan Jones, der bereits Moon inszenierte, einen geeigneten Regisseur fand. Zudem wurden auch viele kreative Köpfe von Blizzard Entertainment involviert, um sicherzugehen, dass der Film der Vorlage treu bleibt und auch alteingesessene Fans ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Doch die treue zur Vorlage könnte auch ein Stolperstein für Zuschauer sein, die bisher keinen Kontakt zu den Spielen hatten. Denn man macht kein Geheimnis daraus, dass das Warcraft-Universum voller fantasievoller Orte und Kreaturen ist und es viel Geduld braucht, um sich in dieser Welt einzufinden. Eine große Stärke des Films sind die unterschiedlichen Perspektiven der beiden sich bekriegenden Parteien. Die Orks müssen ihre der Zerstörung nahen Heimatwelt verlassen, um zu überleben, während die Menschen sich gegen die Bedrohung durch die Orks verteidigen müssen. Dieses Spiel mit den Perspektiven bietet eine interessante Möglichkeit, welche im Verlauf des Films in einer großartig inszenierten Einstellung mündet, in der die Blickwinkel fließend ineinander übergehen. Der Film zeigt auch viel Herz, was vor allem bei brutalen und kämpferichen Orks sehr dabei hilft, eine gewisse Sympathie aufzubauen. Jedoch kränkelt Warcraft oft an den teils substanzlosen Dialogzeilen, die die ansonsten motivierten und durchaus gut besetzten Schauspieler vortragen. Ben Schnetzers Khadgar, ein junger Magier, sorgt mit seiner unbeholfenen Art für den nötigen, lockeren Unterton, bekommt aber auch viele Szenen, in denen er mehr darf als nur Comic Relief sein. Durch aufwendiges Motion Capture Verfahren ist es den Effektspezialisten von ILM gelungen, die Orks stets authentisch darzustellen und auch die Ortschaften, die die Protagonisten bereisen, sehen zu jeder Zeit glaubwürdig, aber dennoch fantastisch aus. Auch bei der Ausstattung wurde nicht gegeist. So gibt es zig Details, in denen man sich verlieren kann und auch Fans der Spiele werden sich sofort heimlich in dieser lebendigen Welt fühlen. Wer sich mit der Geschichte von Warcraft auskennt, darf leider keine großen Überraschungen der Handlung erwarten, denn diese ist bis auf ein paar Zeitabläufe und Handlungsorte sehr nah an der Vorlage und wurde für das Massenpublikum vereinfacht, ohne jedoch die Essenz zu verlieren. Allerdings fehlt es an großen epischen Schlachten, die den Zuschauern auch nach dem Kinobesuch weiter im Gedächtnis verweilen werden. Duncan Jones, selbst großer Liebhaber des Spiele, liefert eine sehr gute Regiearbeit ab, fängt auch hektische Kämpfe gut ein und sorgt für eine ansehnliche Bildsprache, die durch den geschickt eingesetzten 3D-Effekt zusätzlich an räumlicher Tiefe gewinnt. Ramin Javadi zeichnet sich für die musikalische Untermalung aus und bedient sich an Themen aus der Spielereihe, verwobt diese aber mit seiner eigenen Note zu einem Geflecht, welches die Szenen gekonnt mit der passenden Stimmung unterlegt. Dies alles ergibt einen guten Film, der am unbefangenen Kinogänger leider kaum Spuren hinterlassen wird und sich zu sehr auf die zahlreichen Verehrer der Videospielreihe konzentriert. Es gibt viel Potential und auch die Welt wird ausreichend aufgebaut, um dieses in weiteren Filmen auszunutzen. Jedoch hinterlässt der Erstling Hunger auf mehr und so mancher Zuschauer wird dabei neidvollen Blickes zu anderen Genre-Vertretern schielen. Warcraft ist ein Film von Fans für Fans, leidet jedoch an teils Platten-Dialogen und kratzt nur am möglichen Potential, bietet dafür aber eine großartige Optik mit faszinierenden Schauplätzen und könnte nach Avatar die nächste Evolutionsstufe der Computereffekte darstellen. Wir geben 7 von 10 möglichen Punkten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR